Erzähle ich euch etwas über Ach, Liebste, lass uns eilen von Martin Opitz aus dem Jahre 1624. Zunächst einmal werde ich euch das Gedicht vortragen. Ach, Liebste, lass uns eilen, wir haben Zeit. Es schadet, dass Verweilen uns beider seid. Der edlen Schönheit gaben, fliehen Fuß für Fuß. Dass alles, was wir haben, verschwinden muss. Der Wangenzier verbleichet, das Haar wird Greis. Der Euklein Feuer weichet, die Brunst wird Eis. Das Mündlein von Korallen wird ungestallt, die Hände als Schnee verfallen und du wirst alt. Drum lass uns jetzt genießen, der Jugendfrucht, eh, denn wir folgen müssen, der Jahre Flucht. Wo du dich selber liebest, so liebe mich. Gib mir das, wenn du gibst, verdirr auch ich. Ehe ich dieses Gedicht erläutere und interpretiere, brauchen wir einen kleinen Einblick in die Zeit, damit wir das angemessen verstehen können. 1624, das ist mitten im Dreißigjährigen Krieg, ein Krieg, der in dem, was heute Deutschland ist, gewütet hat, wie man hier sehen kann. Der war sehr, sehr brutal. Es kämpften Protestanten gegen Katholiken, verschiedene Fürsten, Thümer, Königreiche gegeneinander um die Vorherrschaft, um den Machteinfluss. Und die Bevölkerung, die hat damals extrem gelitten, weil kaum war der Krieg vorbei quasi, kam schon wieder eine neue Welle. Und man hat die Verlierer, wie man hier sehen kann, sehr, sehr brutal dafür gestraft, dass sie anderer Meinung waren. Und die Menschen, die waren ganz einfach tagtäglich mit dem Tod konfrontiert. Und diese Erfahrung hat dann dazu geführt, dass ein Begriff, der schon etwas älter ist, von den alten Römern, nämlich der Begriff der Vanitas, wieder populär wurde. Eigentlich bedeutet das Eitelkeit und bei Martin Luther im Sinne von Nichtigkeit, so hat er es übersetzt. Und wir sehen hier so ein typisches Stillleben aus der Zeit, den Totenkopf, repräsentiert natürlich den Tod, ganz klar, aber auch Dinge wie zum Beispiel dieses Wasserglas, was da umkippt und leer ist. Da ist eben auch kein Leben mehr drin. Im Bewusstsein, dass das Leben sehr, sehr schnell zu Ende gehen kann, hat sich ein anderer Begriff verbreitet, der des Memento Mori, der eben übersetzt bedeutet, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Also, du wirst sterben, du wirst alt werden. Und wenn man das dann ist, dann was macht man denn damit im Leben, wie geht man denn damit um? Und da hat sich dann daraus entwickelt ein Wahlspruch, Karpetieren, den man heute auch noch finden kann, nämlich genieße den Tag, so wird er übersetzt. Eigentlich pflücke den Tag, aber genieße den Tag heißt, genieße die Zeit, hab Spaß, denn morgen, wer weiß, was da ist. Hier auf dieser Darstellung hier sehr sinnfällig verbunden tatsächlich mit einer Uhr, mit einer Sonnenuhr, die ja nun mal die Zeit anzeigt. Und dabei sind wir dann tatsächlich bei unserem Gedicht wieder. Denn, ach Liebste, lass uns eilen, wie der Titel sagt, es geht um Zeit, die nicht unbestrengt zur Verfügung steht. Hier aber, zweiter Vers, wir haben Zeit. Das heißt, das lyrische Ich möchte seine Partnerin, das lyrische Du, dazu antreiben, dass sie denn nun zusammenkommen mögen. Denn wenn sie eben warten, das Verweilen für Warten, das schadet dann eben beiden. Und diese Eile wird jetzt untermauert, nämlich genau durch diese Gedanken des Memento Mori, also sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden. Denn der Elendschönheit Gaben heißt es, fliehen Fuß für Fuß. Da haben wir drin, gleich in Verbindung mit rhetorischen Mitteln, eigentlich eine Inversion hier, denn eigentlich ist natürlich Schönheit das wesentliche Nomen hier, aber quasi attributiv benutzt sozusagen, zu Gaben. Aber die Schönheit wird in den Mittelpunkt gestellt, die Schönheit der Jugend ist hier ausgedrückt. Und die, die fliehen Fuß für Fuß. Das heißt also, eigentlich ist das ja, ist das jetzt nicht die Zeit, sondern das ist eine Metapher für die Zeit. Wir bewegen uns im Raum, wir bewegen uns weiter und das wird im übertragenen Sinne auf die Zeit angewandt. Denn alles, was wir haben, muss verschwinden. Also es geht nicht nur um die Schönheit, sondern natürlich auch um alle Dinge. In der dritten Strophe wird nochmal die Schönheit, aber diesmal nur eines Teiles, metonymisch für den ganzen Menschen stehend, dargestellt, nämlich der Wangenzieher. Die Wange, ein Teil des Kopfes, der steht wiederum für den ganzen Menschen und ziehe halt Schmuck. Und das verbleicht heißt, es wird eben auch alt, wie im nächsten Vers deutlich wird. Das Haar wird Kreis, bedeutet ganz einfach alt und grau. Dann gibt es nochmal eine Steigerung hier bei, der Euklein Feuer weichet, die Brunst wird Eis. Das wird richtig dramatisch, denn wir haben da ja einmal das Feuer, das steht natürlich sozusagen für das Feuer der Liebe symbolisch, und das Eis dann für den Winter, für die Kälte, für den Tod. Dann wird es nochmal wieder schön. Das Mündlein von Korallen wird umgestallt. Also Korallen kennt ihr, das sind diese Lebewesen im Wasser, die eigentlich sehr schön bunt sind. So hat man damals auch dargestellt, Schönheit. Und wenn die natürlich umgestallt werden, die sterben ab, übrigens ja auch ganz aktuell zu finden. Aber hier ganz einfach, die Schönheit vergeht wieder und die Hände als Schnee, wenn die schmelzen sozusagen, auch hier pras pro toto, metonymisch die Hände für den ganzen Menschen, heißt eben, wenn die alt und weiß werden sozusagen, dann wirst du alt. Und dann ist es nämlich zu spät, wenn du alt bist. Also Alter als kurz vorm Tode sein. Und dann natürlich als Schlussfolgerung sozusagen, was sollen wir also tun? Nämlich jetzt genießen. Also Carpe Diem kommt hier wieder zum Ausdruck. Der Jugendfrucht, natürlich Frucht hier, die Metapher für die Jugend eben, wenn die Frucht nämlich alt ist, wenn sie zu alt ist, dann kann man sie nicht mehr genießen. Also muss man sie rechtzeitig essen. Denn im Nachtklang hier die beiden folgenden Verszeilen, hier dann auch wieder die Jahre Flucht, also die Jahre Vergehen und da sind wir da drin, da stecken wir drin. Das müssen wir tun sozusagen. Wir haben keine andere Wahl. Das ist der Gang der Zeit eben. Und dann haben wir hier natürlich sehr schön etwas, wenn ihr darauf achtet, dies soll ja wahrscheinlich auch ein Reim sein, wie wir sonst auch hier Reime haben. Ich mache mal den normalen Reim hier. Eilen weilen überkreuzt sich mit Zeit und Seit hier. Und das ist durchgehend hier. Das heißt, das Männliche und das Weibliche, die männliche Kadenz, Zeit, Seit und die weibliche Kadenz, Eilen, Weilen, also klingende Kadenz, überkreuzen sich. Also Mann und Frau kommen ganz einfach zusammen. Aber hier unten, was ich euch hier markiert habe, da kommen sie nämlich gerade nicht zusammen. Nicht so richtig zusammen, denn genießen müssen heißt eben, wir müssen es jetzt tun, denn sonst ist es zu spät. Wir müssen jetzt genießen. Das wird dadurch nochmal hervorgehoben durch diese Abweichung vom normalen Reimschema. Ansonsten hier Jambus, vielleicht habt ihr das vorhin gehört. Ach, Liebste, lass uns eilen, wir haben Zeit. Unbetont, betont, unbetont, betont. Ganz durchgängig, eigentlich ja so ein bisschen, man kann es deuten, wirklich als den Gang der Zeit, wie ein Sekundenzeiger, der weitergeht. Ganz, ganz regelmäßig. Natürlich, wir haben hier ein paar schwebende Betonungen, die man ja so darstellt, aber natürlich an entsprechenden Wörtern. Wir, ich will nochmal kurz erklären, wir haben Zeit, wäre eigentlich der normale Rhythmus, wie man es liest. Metrisch würde man lesen, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Hier kann man natürlich beides lesen, man muss eigentlich den Rhythmus lesen, wir haben Zeit. Heißt natürlich Fokus hier auf wir, erste Person Plural, beziehungsweise uns, auch erste Person Plural. Also dieses gemeinsame, wir wollen zusammenkommen, das ist ja hier das Ziel, was das lyrische Ich verfolgt. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben also auf der Inhalt, korrespondiert natürlich an dieser Stelle auch sehr, sehr schön mit Form und mit den sprachlichen Mitteln. Wir haben ja also zunächst einmal die Darstellung der Zeit als solcher, des sich beeilen wollens, was dann durch die Darstellung der Vergänglichkeit des Memento Mori, wir müssen alle sterben, wir müssen uns dessen bewusst sein, ganz klar untermauert, um dann noch einmal als Konklusion hier, sie zu überreden, es jetzt dann doch zu tun. Das Carpe Diem wird hier noch einmal aufgenommen. So, ich hoffe, das hat euch geholfen und ihr kommt dann mit euren Aufgaben, die ihr haben, magt besser klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.